Hallo Freunde, bei weiteren... Ja, so der GP. Wir haben da letzte Folge die letzten Barmstämme weggeführt. Ehm... Hier ist das Gersten... Gersten? Wann ist Gersten eigentlich aktiv? Ehm... Gersten? Auch so scheiße. Nein, es ist erst in Juli... Na gut, wir warten jetzt hier auf die... Dort zuerst wäre Gras und es ist der Gerste. Nein... Na gut... Ach, mein, jedes Mal, das ist alles runter und ist trotzdem alles weg. Scheiße, scheiße. Jetzt haben wir so 6 runtergeladen, alles. Da können wir glauben, das ist echt nervig. Du musst extra das DLC-Pack runterladen. extra? Sorry Leute... Ich weiß nicht, was ich sonst noch nicht. Da muss ich, da muss ich noch kurz machen, da der Boden ist. Wir fliegen hier. 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 Wir fliegen hierراised Boden rum- und was soll ich noch was soll ich mit sowas da bin ich mir dann schon, wisst ihr wei, 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 das Problem ist ja dass du ja gar keine Chance hast ah, der schättiere Mais schauen wir mal wie gut das das hilft und so hat mir halt irgendwie im Hex, ne vor allem dass ich zu ihm sagen fahrrad den Scheiß eigentlich ehrlich gesagt ist die ja wirklich die Fagge die nein sonst wie ist die was, habe ich andere Idee da sehe ich sich jetzt nochmal auf aber es gab keine Lust drauf selbst wollte sie ja Hexen aber sonst kommen wir ja nicht hin aber ich finde das eigentlich ist das eine Schweinerei und den Leuten ist extra alles runter und dann ist einfach alles weg egal egal ich glaube ich habe gestern ist da wirklich so im Frühjahr aber aktiv, ne ich glaube die letzte Woche habe ich ein bisschen zu früh abgeworfen, ne ach ich vergaß ach Mist nein ich habe jetzt eine vierte Stunde nicht 20 Minuten sorry egal ach das war sorry Leute egal ich hatte die letzte Folge aber raus versehen 15 Minuten nicht 20 ja gut geht einmal eine Folge aber ein bisschen kürzer ist nein Fehler ich ich Idiot ja gut bei 35 warum hat jetzt alle bei 35 also ja nein nein 1 Stunde 15 mein Fehler mein Fehler sorry Leute war mein Fehler ist es jetzt nein das ist nicht meine ausgeliehen 5 ne ich ich muss mal kurz gucken ich n ja gut hier durch ne ja n n n n n n n kurz terraforming haben wir das eigentlich nach kürzungen ich glaube ich kann das hier und wir haben ein bisschen passt hier Schau mal hier mal ein bisschen Terraformen, das kann nicht passieren, das weiß ich. Ein Affenzeuger kann nicht bei Terraformen passen, nicht hin passen. Jetzt noch der Bursch, das passt, der passt auch, auch hier noch das, der den Teil vom Alten. Ja gut, machen wir erstmal die Gruppenarbeit hier hinten, oder? Oh, ist auch kaputt, egal. Kupenfeld 15, aber ich brauche nicht so einen Hausmann noch, merke ich gerade. So was hier. Ja klar, ich sehe einen alten Schulbus sind leider, ehrlich. Was ist das? Das ist die Feuerwoche. Was war hier, das ist ein guter Geist. Gut, die Idee. jetzt machen wir hier noch mal kurz hier mal noch kurzer so sein im kleinen gruppe ernst ja gut, haben wir uns im größeren kollegin wie viel Platz war der? 180? ja 180 ja, wir nehmen jetzt den großen hier ja, wie gesagt, das tut mir leid, Leute irgendwo Leute, quatschen? Hab ich das vergessen? ja, das ist ja eigentlich kürzer, also länger jetzt aber nicht so schön, Leute kann noch mal passieren jetzt hat man eine Folge mal zu kurz machen aber sonst finde ich hier die Map echt schön es ist halt ein bisschen schade hier jetzt halt ein Ding das hier halt hier das Zeugwerk genommen haben das finde ich ein bisschen schade gut, im Bauernhof war sicher jetzt nicht so tragisch aber es ist nicht schade, weil ja eigentlich ist das alles ein bisschen schade es ist ein schön schönes Map und es ist jetzt sowas ich hab letztes Mal noch durch das Problem gehabt auch ich hab letztes Mal noch durch das Problem gehabt auch so so jawohl ja das koppeln wir hier einmal ein bisschen noch genau was wir machen machen wir weiter ja hier war ich glaube auch schon die 15 und die 20 habe ich auch zusammengelegt die 15 und die 20 ja also aber das war schon wieder freunde als euch gefallen hat die ganze in der reihe hatte ich mal am rand hatte ich komplett mal zusammengelegt das weiss ich noch ja gut das war schon wieder von dieser map vorstellung wenn es euch gefallen hat lasst bitte einen fetten daumen nach oben da schreibt mir in die kommentare wie ihr die folge die folge gefunden habt wenn du noch kein abonnent ja wie gesagt daumen nach oben wenn du noch kein abonnent bist bitte abonnieren mich wenn du abonnent bist aktiviert die glocke um nichts weiteres mehr zu verpassen wollen wir mit auf Twitter und Instagram das ist mein Titel Bild übernabonnier Warten nicht ist aber ein Zarten auf den Simulator IP da hat man dort vorbei und schon statt dass so vieles gemacht habe und schaue Leute